Ein herzliches Willkommen bei Zukunftsprojekt Preußen. Ich bin der Christian und ich will euch mit diesem Teaser auf mein nächstes Video aufmerksam machen. Ich habe mir lange überlegt, was ich machen soll. Und ich habe mich dazu entschieden, ein paar geschichtliche Videos zu machen. Und eine kleine Videoreihe über die Ostgebiete wird es geben. Das ist ein sehr brisantes Thema. Die Ostgebiete geraten immer mehr in Vergessenheit. Deswegen muss von unserer Seite darauf aufmerksam gemacht werden. Und das habe ich mir jetzt für die nächsten Videos zur Aufgabe gemacht. Und wir starten mit der preußischen Provinz Schlesien, der Heimat meiner Vorfahren. Das wird das erste Video sein. Es wird schon sehr bald online gehen. Da könnt ihr gespannt sein, könnt ihr euch drauf freuen. Und ich freue mich auf euch. Bis dann.